Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Du übst deine Aussprache. Du übst das kurze Ü. Wiederhole nach mir. München. München ist toll. München ist toll. Der Schlüssel. Hier ist ihr Zimmerschlüssel. Hier ist ihr Zimmerschlüssel. Wünschen. Sie wünschen Vollpension. Sie wünschen Vollpension. Das Hotel kostet 550 Euro. Das Hotel kostet 550 Euro. Das Frühstück kostet 5,55 Euro. Das Frühstück kostet 5,55 Euro. Das war's zum kurzen Ü. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik